Ich zeig dir jetzt eine klassische Yoga-Übung Katze Kuh. Du legst das Brett auf die Mitte deiner Matte. Gut geeignet zur Schonung deiner Handgelenke für einen besseren Griff sind die Rollen. Nun stellst du die Füße an das Ende des Bretts. Dann nimmst du deine Hände auf die andere Brettseite. Nun kannst du deine Knie in der Mitte des Bretts absetzen. Jetzt rollst du dich mit der Ausatmung zurück und rundest deinen Rücken wie eine Katze. Ausatmen Katze, einatmen Kuh, atme aus, atme ein. Du kannst diese Übung anstrengender gestalten, indem du deine Knie in die Luft nimmst. Das stärkt deine Rumpfstabilität. Und jetzt ausatmen Katze. Streck dabei leicht die Beine, wenn du magst. Roll dich beim Einatmen nach vorn. Kuh. Atme nach hinten aus, atme nach vorne ein.